Und die Aufnahme läuft. Ich muss mir echt irgendwie ein bisschen angewöhnt, da ich das immer auffälliger mache. So, aber erstmal speichern hier, zum Anfang der neuen Folge erstmal speichern. Seid nicht zu warten, mhm, fuck it. Ich hab immer Angst, dass hier noch immer was auftaucht. Ich hoffe, mein Mikro rauscht jetzt nicht, weil ich hab mein PC ein bisschen in den anderen Seite gesteckt und so weiter. Und ja, das könnte nur sein, dass mein Mikro vielleicht rauscht, aber dafür... Ich hab dafür aber die Folgen dann auch noch hochladen. Da kann ich leider nichts machen von. Ich hoffe nur, dass es nicht allzu schlimm ist wie es rauscht. Ob ich mich allzu nervig ist in der Aufnahme. Ich hab immer noch Angst, dass da irgendwas gleich ausspringt. Und irgendwo, da sind so viel Lüftungsschäfte einfach nur. Na gut, das ist noch unrechtlich, noch ruhig lange nicht mehr recht. Echt. Fuck you! Man sieht hier drin einfach gar nichts. Gibt das Teil Feuer? Okay, ich muss da runter, aber hier fehlt die Batterie. Okay, dann muss ich erst auf die andere Seite. Ah, sehe ich so. Logbuch des Verarbeitungstecks. Supervisor 2nd Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, dass ich mit dem Leichen machen, was er so gehört. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Kriegmassen mehr habe, kann ich wenigstens mehr töten, wenn ich Infizit bin. Bitte bleiben Sie dort. Und den Kindern, dass ich sie liebe. Oh Gott! Noch einer! Noch einer! Oh man. Hat sich ja so anders, hätte er sich den Kopf abgeschossen als irgendwas anderes. Ich habe auch gar nicht mehr da gehört, dass alles die Zettel mitgefahren. Ich habe die Zettel mitgebracht. Die Zeit mit der Zettel mitgebracht. hat man ich hab's ja ich hole mir noch mal ein paar knoten noch ein zwei knoten ich kann die Klappenkarte aufwerten, weil ich ihn ja unbedingt aufgewertet haben will mir gefallen die Geräusche hinter uns so, komm mit ihm mal, macht's ... ich will da nicht mehr ran, ich will da nicht mehr ran, ich hab' mich bei Angst dran wenn die Vorstellung das ist wichtig, dass ich den Bestand die Zunebieter ich gehe erstmals da aus Pakete in Halblätter verkauft fachst du okay fachst du schiefen gegen die Einzelteck behalte ich mach ja du mir auch und und da die mit die die 50 die 3 2 die 207 und noch reichnen das war gerade 40.000 bis 200 eine Menge Heilblendet oder? doch fad weh Was ist denn da? Na, guck ich ja nennen. Oh, ach. Oh, ach. Oh, okay. Was natürlich auch funktioniert hat, ist ein Wunder. Okay. Okay. Halbblätter. Schnee zu essen. Okay, ich weiß wie's geht, jetzt stoppen. Durchlesen. Stoppen. Durchlesen. Und dann weitermachen. Wir haben's. Ich werd's nicht vorlesen. Ah, okay. Schönen Öko gelesen. Ich lese nicht. So, alles was ich kann. Eintritt Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Ist eigentlich echt unglaublich. Vielleicht sogar psychisch ist, dass beide Ami fragen, auf die Kraftfeld erzeugt. Ähm, mhm, er sektoriert, dass er mit dem, mit dem der Außen verbunden ist. Ich hoffe, dass er nicht so gut ist. Der wäre wirklich zu lange im Feuer gesessen. Ich gucke nicht auf mir. Was muss ich auch tun? Ich muss darauf. Deine Aros sind witzlos, wenn du sie nicht benutzen kannst. Geht euch der Stabe vollsetzen? Geht das? Nö. Geht euch ruhig kurz was nehmen. Vielleicht muss er hier dann springen. Ein Tritt Vakuum. Oha! Was war das denn jetzt? Ich glaube, ich werde das nicht die Dinger hier lösen jetzt. Geht euch mal kurz wie kurz was nehmen. ganz vergess das teil kommt ja wieder zurück nein das muss ich alles noch mal machen das haben wir schon gesehen nein das ist feindlich das werde ich eigentlich vorhersehen kommen müssen der jäger hat in den kommentaren ich glaube das war hart der händler in der wiesigkeit kommentaren ich bin voller froh ja ich bin voller froh da geht's wer ist mit dem ein seil hängen geblieben wäre und gestorben wäre das ist gut das ist gut das ist gut woher der Alter, der sieht mir ja gerade echt auf das Sack hier. Da fliegt der noch auf die Sack hier. Aber echt gut. Ei, 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 ei. Ein Trittvacuum. Ein Trittvacuum. Oha. Wie ungefähr. Hä? Schaut sie jetzt. Wo muss ich jetzt rein? Okay. Drücken glaube ich. Ende des Vakuums. Oha, ich hab's geschafft. Okay. Okay. Dann, ich muss mir glaube ich Messkits kaufen. Tot an der Kante hängen geblieben. Okay. Ich muss da jetzt hier rein. Ende der Schwerelosigkeit. Sollte ich nicht mal mehr mit Stars arbeiten. Ich glaub das wär... Schlauer. Tja. Ach, ich hab's mich auf die Plasmakちゃstar. Hast du da gerne einen Schritt mehr, Junge? Ach 나 mal, ich hab's nicht mehr. Ich hab was. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht. No. Ähm, wer? Hallo, gib her! Hallo, gib her! Ich glaub das Schimmel ist sauer auf mich, weil ich dann so verstört habe. Das Abendessen wird in 10 Minuten entschweißes Radiert. Hm, wer ist das Abendessen? Ich glaub ich bin das Abendessner, oder? Okay, ich hol mir erstmal neue Mythkits, weil ich hab keine mehr. Ich speichere auch noch vorher. Ich hab keine Mythkits mehr und ich brauch erstmal neue Mythkits. Gibt es noch keine Mümm, oder? Ich weiß nicht, dass die Menschen dort ist. Jetzt noch mal eine Verkaufnahme. Ich weiß nicht, das ist nicht ganz zu schnappen. Oh ich bin ja gerne oben. Ich habe mich immer noch nicht, ob es eine Mordere bilden kann haben. Ich weiß nicht, was es nicht gut ist. ich weiß gar nicht wie groß ist wenn die tücher schon kommen muss ja was schlimmes sein dass er nicht glück habe ich die schlüsselkarte ich habe ihn weggekommen ich glaube da wären so ein Leichencontainer hab ich wieder Mist? Ja Ladung 8772 gezündet ok das wird eigentlich nicht mehr Das sieht richtig geil aus. Wenn wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Klar. Erstmal muss ich hier raus. Ich stehe jetzt direkt da in der Öffnung. Da ist auch in der Öffnung. Da ist auch in der Öffnung. Das ist sicher. Quarantäne aufgehoben. Kack, du motherfucking Scheißteater! Verstehen sie mich in den Raum ein. Pergott'sen, ey! aus trotzdem so plasmag hat da schaden so mache ich hier mache ich dann hier machen da hier und da nicht bei der scheibe